Ich würde sagen, wir haben noch wenige Sekunden und dann steigen wir ins Zelt ein. Und dann darfst du schon mal dir vorstellen, wie du einfach reinrutscht in das Zelt der Meisterschaft und dich einfach drin badest in der Liebe und dem Licht und dich füllst mit allem, was du dir vorstellen kannst. Und auch das Feld näherst mit allem, was du dir an Gutem in der Welt vorstellen kannst. Und ich glaube, ich habe heute ganz besonders viel Frieden und Liebe ins Feld geströmt. Also badet drin, fühl dich wohl und lass es dir gut gehen und spür, wie jede Zelle deines Körpers sich auflädt. Dann viel Spaß. 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 Spür, wie das Licht in jede Zelle strömt und fließt, in jedes Elektron deines Systems. Und spür auch, wie das Feld immer größer wird, je mehr du in dir auch aufnimmst. Und spür auch, wie das Feld immer größer ist. Spür, wie das Feld immer größer ist. Spür, wie das Feld immer größer ist. Und bring auch all deine Samen in das Feld. Alles, wovon du dir wünschst, dass sie aufgehen, in die Welt kommen. Spür, wie das Feld immer größer ist. 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 Vielen Dank. 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 Du bist das Feld. Atme das Licht und bade darin. Du bist das Licht. Aus der Quelle der Liebe kommst du. Und so bist du pure Liebe. Okay. 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 Pleaseon euerikan das Feld und nähren uns. Okay. Ja. Es ist wunderbar. Es ist gut. Das ist so wirksam. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir uns in dieser und in allen formlosen Formen begegnen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Lass es dir gut gehen. Danke. Danke. Bye. Bis spätestens Dienstag und ganz viele bis übermorgen. Lasst es euch gut gehen, ihr Wunderbaren.